Das ist Else. Und das ist ihr Mann Herbert. Der macht viel Dreck und geht gerne angeln. Weil Else sich aber auch mal etwas gönnen möchte, weckt sie Herbert sanft aus dem Winterschlaf. Und vergleicht von der Kfz bis zur Krankenversicherung alles kostenlos auf check24.de und spart dabei eine Menge Geld. So viel, dass nicht nur Herbert mit seiner neuen Angel einen dicken Fang gemacht hat. Auch Else kann sich dabei sogar noch richtig gut fühlen. Check24.de. Kurz vergleichen, lange freuen.